Oh, Moin. So, Stream hat gestartet. So, und dann sag ich mal Willkommen. Oh, Moin. So. 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 Das war's für heute. So, black concrete. So, black concrete. So, black concrete. So, mal gucken, ob das alles so funktioniert, wie ich hoffe. So, mal gucken, ob das alles so funktioniert. So, mal gucken. 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 Schwarz habe ich schon braun. 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 Okay, fast. 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 Slope. 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 Okay, fast. All back, fast. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Frames... Ich versuche ein Auge zu bauen. Hallo! Aber... Ja... Ich bin da so ein bisschen... Ich glaube, das sieht gut aus. So... Dann kommt hier unten irgendwie grau oder so und dann... Ach ja, äh... Tronic, danke fürs Folgen. Hatte ich... Voll übersehen, habe ich vorhin gesehen. Und... Ja, da wollte ich mal Danke sagen. Und danke dir auch. Schönen Abend. Alter, nerven die... So... Ähm... Ja... So... Frames... Ja... 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 Das ist echt... Nervig... Ja... 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 Oh Gott! Er tänkt mich rein. Ja... Graf... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, top! Ja, nice! Dankeschön! Ähm, ich muss euch mal ganz kurz verlassen. Ich bin gleich wieder da. Ähm, genau. Wir sehen uns gleich. Äh, ne kurze Minute. Sorry. See you soon. Ähm. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh, mwah. Oh, mwah. Oh, mwah. Oh, mwah. Ah, er wurde zerstört. Oh, mwah. Ist das immer noch eins zu groß? Jetzt muss das einen runter, oder? Ja, das muss ein runter. Oh, mwah. Oh, mwah. Oh, mwah. Oh, mwah. Oh, mwah. Oh, mwah. Wow. Wow, das ist genau da, wo es vorher auch war. Oh, mwah. Oh, mwah. Oh, mwah. Oh, mwah. Wie sieht das eigentlich aus, wenn man da noch eine zweite Schicht drüber legt? Oh, mwah. Genau so wie vorher. Okay. Oh, mwah. Oh, mwah. Oh, mwah. Oh, mwah. Oh, mwah. Oh, mwah. Alter, das sieht blöd aus. Okay. Okay. Okay, aber es muss noch eine. Oh, mwah, die zweite Pferde micke. Oh. Oh, preizio. Ah. Oh. Yeah. Ja, das kann man machen. Okay, da kann man auch später kommen. Ja, das kann man auch später kommen. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich glaube, ich muss das grau bauen. Und sind die unterschiedlich hoch? Zwei. Zwei. Okay, dann sieht das nur so aus. Durch den Shader sieht das halt ein bisschen anders aus. Aber was ist, wenn ich die hier noch entferne? Und die hier. Ja, aber das wird der Eingang zum, zu meiner Festung. Oh. 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 Nice. Ja, und. Was ich dann noch geplant habe, ist, hier unten haben wir ja den Unterkiefer. Dass man den dann mit Pistons hochfahren kann. Irgendwie so. Oh. Das war die Idee. So. Jetzt will ich aber mal gucken, wie viele Digger-Bees wir haben. Ich hoffe, irgendwie zehn. Also, Benson. асen. Anson. Digger, Digger. Digger. Anson. Digga. Digger. Anson. Digger. Digga. Anson. Anson. Digger. Anson. Wie sich das anhört. Anson. Nice. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 7, 11. 1, 2, 3, 4, 7, 11. 1, 2, 3, 4, 7, 11. 1, 2, 3, 4, 7, 11. 1, 2, 3, 4, 7, 11. 1, 2, 3, 4, 7, 11. 2, 3, 4, 7, 11. 1, 2, 3, 4, 7, 12. Oh, müssen wir einmal ins Deep Dark und Skull Sensoren suchen. Das ist hier Eis. Das sieht hier irgendwie alles leer gefrühstückt aus. Gibt es hier eigentlich keine Skull Sensoren mehr? Nein. Also wir brauchen ein Minimum noch einen zweiten, damit wir zwei Feeding Stations betreiben können. Das ist hier. Das ist hier. Äh, haben die die alle kaputt gemacht? Das sieht echt da noch aus. Oh, da. Alter. Dann haben wir schon mal zwei. Äh, wo haben wir sie denn? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was brauchen wir denn hier für eine Diamond Bee, Ender und Lapis, also dafür brauchen wir Blue Bandit habe ich Redstone, Glowing und Chocolate Mining Bee. Okay also, Chocolate habe ich Glowing. Cage, so einmal für euch und mit Lava sieht das nicht ganz so geil aus. Okay. 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 Das mit Lava sieht echt nicht gut aus. Okay. 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 Ja. Aber so finde ich die eigentlich voll in Ordnung. Okay. 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 Untertitelung. BR 2018 Das ist echt schwer, vor allem da das irgendwie überhaupt nicht rund hinkriege, weil es leider keine runden Frames gibt. Obwohl man könnte das... So, so... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Und wenn man jetzt so glow, red, orange. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oder so ein rundes Auge Und mit dem Schwarz da in der Mitte weiß ich auch nicht Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, aber jetzt den einen unbeleuchteten Block in der Mitte als Pupille? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, muss eindeutig höher der Schwarz-DF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's. Das war's. Jetzt weiß ich nur nicht, ob das noch einen Ticken weiter nach hier oben muss. Hier irgendwie hin. Das war's. 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 So dark. Das war's. 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 Nice. Das war's. 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 Hi. Oh, hi. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Bauen. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. 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 Ah, hier. wo ist. Jetzt. 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 Das war's. Das war's. Okay. 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 So, okay. Und, okay. Das war's. Und, okay. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. ..., okay. 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 Das war's. Das war's. Das war's. ..., okay. 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 Alter, ja man Das kommt richtig gut Unter Shadern sieht das natürlich noch besser aus Ja, ich hab auch Shader an Ich kann nur mit Shader spielen Ich hasse es ohne Shader zu spielen Ja, ohne Shader sieht das echt kacke aus Ja, ohne Shader sieht allgemein alles kacke aus Weil das so farblos und lustlos aussieht Keine Ahnung Ja, auf jeden Fall Ne Mann, das sieht ja mega geil aus Ja, und in die Mitte, da wo die Nase jetzt gerade noch leuchtet Hatte ich gedacht mit Blood Magic Da irgendwie ein Opferaltar oder sowas hinzusetzen Also dass du da reingucken kannst Und siehst dann die ganze Zeit irgendwelche Villager sterben Ja, das hätte auch was Tatsächlich Ja, das wäre nice Ja, und was ich auch noch cool finde Durch die Mob Farm, die da unten links in der Ecke ist Tauchen jetzt überall diese Geister auf Und die fliegen hier schon rum Stimmt, ja Ich seh sie in der Ecke da Haaa Ja, mal gucken Ja, vor allen Dingen, wenn du den Friedhof hier noch machst Irgendwas konnte man mit diesen Grabsteinen im Friedhof noch machen Wenn du da Skulldust draufschmeißt oder so Konntest du da sogar noch irgendwas kriegen Ich bin von denen mir aber nicht sicher was Dann brauchst du auch noch diese Laternen und sowas Da gab es irgendwas konntest du mit dieser Mod auch machen Ich bin mir aber nicht mehr sicher was es war Irgendeiner hatte mir das mal gezeigt Aber ich hab schon wieder vergessen Weil es so ewig lange her war Ja, ich hab mir auch nur so ein bisschen was angeguckt Ähm, was aber cool ist Durch die, ähm, wie heißt das gleich noch Durch die, ähm Wie heißt das Durch den Grabstein, äh, entsteht Nebel Und wenn da dann ein paar mehr sind Hoffe ich, dass die Die komplette Umgebung da Einbunkern werden Oder einnebeln werden Warte mal Zur Not gibt es glaube ich auch noch andere Möglichkeiten mit Nebel Falls dir das noch nicht reicht Waren das nochmal Also es gibt ja auch noch Diese Effektblöcke Also du könntest also Echt? Ja, also, ähm Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit Wenn du ein Ventilator platzierst Da vorne einen Schwamm mit Wasser Und daneben einen Seifenblock zum Beispiel Dann kannst du zum Beispiel auch Blubberblasen Durch die Luft fliegen lassen Was du das noch nicht wusstest Ne, das wusste ich nicht Wir fliegen hier über so Blubberbläschen durch die Luft Ach du Kacke Ja, deswegen, da gibt es so viele Möglichkeiten Ich bin mir aber nicht mehr gerade sicher Was das mit Nebel war Irgendwie Trockeneis und Wasser Oder so war das glaube ich Also ein Ventilator Dann Einen Spons mit Wasser Und daneben Einen trockenen Eisblock Oder davor Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher Damit konntest du so Nebel Beschwören Und das könntest du ja halt Dann auch zum Beispiel Hinter den Nasenlöchern verstecken Und dann würde da so Würde der halt so Nebel ausatmen Und dann würde das so nach unten gehen Ja Oh das wäre auch geil Bin mir aber jetzt nicht mehr sicher Ganz genau wie es war Ich weiß nur dass da mal was ging Ich habe gerade einen Fockprojektor gefunden Den will ich gerade mal ausprobieren Oh ja Der ist auch gar nicht so teuer Das wäre auch noch eine interessante Sache Da würdest du dir auf jeden Fall schon mal drei Blöcke mit sparen Das ist ja nur eine Das ist natürlich die Frage Wie qualitativ gut ist der Nebel Das stimmt Und ob die Frage ist denn halt auch Ob man das denn auch sieht Wenn Man nicht Shader anhat Oder ob das denn nur wir sehen Oh mein Gott Oh ja Partikel Ah ja ich sehe es gerade Ich habe auch mal drauf geklickt So Oh mein Gott Mach mal den Shader aus Äh Oh Ach du Heilige Ich sehe ja gar nichts mehr hier Also doch schon Aber nicht viel Himmel Okay Okay Interessant Okay Fuck Strain Gerade dass man das nicht so mit dem Dingens so gut sieht Mit dem Shader Oder es kommt nicht so rüber Vielleicht das Ja Okay der macht irgendwie ein Fuck of War Oder so Was kannst du auch richtig einstellen Hier Partikelgröße Tink Wäre natürlich geil für Oh mein Gott Geil wäre das wenn du irgendwo im Himmel was hast ne Ja Dass du dann oben eine Plattform hast und darunter dann gar nichts mehr siehst so weil da alles voller Nebel ist so Ja und mit Shader siehst du halt wirklich gar nichts ehrlich gesagt Ja das ist echt schade Ach Ja aber der macht im ähm ohne Shader einen richtig geilen Flow Flow Das auf jeden Fall ohne sieht's geil aus Also für die Leute die denn mit ohne Shader spielen die kommen hier eben so hä Was ist denn hier los und dann die Leute die mit Shader spielen hä was meinst du denn ich weiß gar nicht was du meinst Ja Ja nice Alter Schwede Das ist ne lustige Mob Äh Ja vielleicht gibt's dann auch irgendwas anderes Ja wie gesagt halt äh wenn du einen Ventilator ein Bonch und ein Trockeneis hast kannst du das ja mal tippen Ja Nur dein normales Eis ich weiß das jetzt gar nicht mehr ich glaube aber dass es Trockeneis war Hm Ja vielleicht kann man auch noch hier mit dem Corel Tombstone äh Tombstone Hm Noch weitere Sachen machen Hallo 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 Ach ja er sieht das ja nicht er spielt ja mit Shader äh ohne Shader deswegen ist er hier voll vernebelt Warte das das muss ich jetzt mal direkt testen Wenn du Shader anhättest Calvin würdest du das nicht so extrem sehen denn bei dir sind das halt üblich sexcreme aus ohne Shader Ja ich weiß auch was die Lexos mit einem Mal die 2.0 auf dem Flaschen gefasst haben Ja, das dachte ich mir auch. Dann ist das die... Ne, das soll ein Grab werden. Aber jetzt sieht das wirklich aus wie Lord Helmchen. Man, so schade, dass du das mit Shader nicht siehst. Das ist so ärgerlich. Ich kann ohne Shader nicht spielen. Da leuchten die Augen auch nicht so schön wie mit Shader, finde ich. Leckt das bei dir oder bin ich das Problem? Ich glaube, das sind wirklich die... Der Fock, der zwingt den Server grad echt runter. Oder spiel, ich hab 6 FPS. Okay, lassen wir das lieber. Ich hab sogar mit Shader mehr FPS als ohne. Was denn das für Müll? Ja, ja. Ich glaube, das ist wirklich der Nebel, der da die Probleme verursacht. Das kann gut sein. Ja, aber... Hat aber auf jeden Fall was. Ja, das auf jeden Fall. Aber durch die Tombstones kommt ja auch Nebel und der kommt auch durch ein Shader durch. Aber auch nur nachts. Das finde ich ganz cool. Und der macht das so im Umkreis von 5 Blöcken. Wenn man also ein paar mehr Gräber setzt und das halt so richtig Friedhof-mäßig macht, dann sollte das eigentlich auch relativ gut aussehen. Und das mit den Nasen nehmen kannst du ja, wie ich schon sagte, mit dem Focken Eisdienst auch hinkriegen, dass der da so rausatmet. Ja. Hat auch was. Und dann kann dahinter dann so die Willipscher, die sterben. Ich glaube, das hat wirklich was. Ja, da sind wir am Testen. Aber Dry-Eyes, das will ich jetzt nochmal ausprobieren. Dann lassen wir einen wetten Sponge und einen Ventilator. Okay. Okay. Nur einen Ventilator habe ich nicht. Ja, wichtig ist, dass du dann den Ventilator hinter den Dingen setzt. Hier, Wet Sponge. Okay. Von welchem Mod denn den Ventilator? Äh, von Create wahrscheinlich, ne? Ja, den, den du auch auf jeden Fall da bei dir hattest, den Ventilator. Ja. Encased Fan. Gott. Mob Fan, ja. Achso. Mob Fan einfach nur. Dad. Puh. ano Michael. so hat das ding nicht strom? nee das läuft über redstone weil das funktioniert über die mod supplementaries mal was kosten seife hast du noch asche, row potchop und wassereimer? und wo haben wir denn wie heißt denn soap das wäre mit seifenblasen wenn du darüber einen soapblock platzierst dann ist es zum beispiel mit seifenblasen vielleicht ist das auch der falsche ventilator den weg hier gerade mit meinem aber das könnte auch sein nee ich lass mich mal alleine viel spaß noch ey ne dann hast du Zeit ja ich komm gleich rüber wieder zu mir wieso was brauchst du denn von mir ich hab da so ein 7x7x7 problem ach man ich hab gedacht den willst du jetzt mal alleine bauen ich hab ihn dir schon berechnet ich bin halt selber dabei bei mir die base in den reaktor rein zu schuppen ich meine da ist ja noch südging dahin ja ja klar ich glaub das ist der verkehrte fan den wir hier haben ja glaub ich auch ach äh äh kevin hast du die neueste konstruktion bei rené schon gesehen? du meinst das riesen herz ja das kann ich von meinem haus aus sehen ich hab von dem ich in eine rakete rein jage warum? was hast du denn gegen herzen? es ist mit meiner sichtreich weite das ist nicht gut ab morgen wird es sich auch noch drehen kannst du das nicht in seine in seine äh in seinen riesen loch da rein halten? nö ah hier äh guck mal äh b-loafs an also gib mal add supplementaries ein ja na gut wir sehen uns jo viel spaß auf der zweiten seite ich glaub der ist das zweiten seite ah ja b-loafs heißt er glaub ich deswegen funktionierts wahrscheinlich auch nicht das ist n der blasebalk ne mhm dreck ich wollt schon fragen chillt der da? wenn der aufhüpft müsste der eigentlich schon gehen felschrom aufgebaut oh mein gott und wie kann ich den automatisieren? ja ich glaub mit redstone ich glaub mit redstone ich muss mir das also ich hab das mal in nem vorstellungsviel gesehen entgegen guck mal hier ja die seifenblasen gehen oh mein gott warte mal im das warte mal im Ich hatte mich schon gefragt, was man als Log benutzen kann, aber dann hast du mir das sogar gezeigt. Oh, super. Okay. Ach, kacke. Das einzige Problem ist das Positionieren von den blöden Teilen. Ja, das ist ja auch mit so vielen Sachen so, auch mit den ganzen Log-Abbau-Geräten und sowas, ne? Ja, vielleicht braucht das einen Redstone, also einen direkten Redstone. Ach, das war der Rotz. Der gibt ein zu kurzes Signal wahrscheinlich aus. Ja, der gibt ein zu kurzes Signal ab. Guck mal, der macht nur ganz bisschen so Putsch. Oh, das funktioniert sogar unter Shadern. Ja. Blub, 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 blub. So, wenn ich jetzt den Seifen... War das jetzt... Genau. Macht der der Nebel? Oder war das Eis normal? Es könnte natürlich sein, dass er irgendwie Blue-Eis braucht oder so. Ja, das ist rein Supplementaries, dieser Kram. Deswegen... Ja. Das hatte ich in den Showcase von Supplementaries gesehen. Das hat Nieder vorgestellt. Mhm. Können wir ja jetzt mal eben fix ausprobieren. Also das hier wäre... Normales Eis. Ja, da passiert schon mal nichts. Packed Eis. Oder muss das oben drüber sein? Nee, ich glaube, das ist Hauptsache neben dem Block. So wie bei den... Bei der Seife auch. Oh, Eis. Oh, nee. Hm. Warum funktioniert das denn nicht? Mit den Seifen scheint ja zu funktionieren. Komm bloß nicht so böse rüber, wenn du da Seife aus... Seifeblasen aus der Nase kommen lässt. Dann hättest du das doch eher mit den schielenden Augen machen müssen. Ja. Yes. Hm. Es gibt aber auch eine Vanilla-Möglichkeit, die ich gerade... Okay. Mock Machine. Hätte ja... Wäre ja wie Fock. Ja. Spring Launcher. Ah, okay. Okay, okay. Ja, geht Vanilla, aber ist über den Command-Block. Ja, okay, nee. gucken ob es im wiki dazu es gibt der vanilla version haben sie das so gemacht dass die den campfire die partikel dass den rauch dauerhaft gespawnt haben quasi okay und dadurch sieht das halt aus dass da übelst rauskommt so ne wäre aber nicht so die geilste lösung weil das nur nach oben hinweg geht so das wäre jetzt nicht dieses nach unten fallen da raus ja ich willst irgendwie dass es über den boden sickert eigentlich wie wasser ich guck gerade im offiziellen wiki sehen was es hier ja es gibt nur bubbles ja aber alles gut aber das wäre echt lustig gewesen ja auf jeden fall ja ja Grafstein hast du nicht zufällig da, oder? Äh, hier hinten ist einer. Ja, ich seh schon, dass auch dieser Nebel, Frage ist, wenn auch der Nebel von Luft beeinflusst wird von diesem Graf, weil, dass du den wegkusten kannst. Aber testen wir mal. Das ist aber auch eine sehr gute Idee. Ah. Ehh. Ne, der hat aber echt einen schönen Nebel. Ne, nicht wirklich. Ne. Naja, aber wenn ich hier jetzt die Gräben in verschiedenen Höhen anbringe... dann sollte das ja eigentlich passen. Ja. Ja, aber was ich schade finde, ist jetzt, dass du hier wirklich nicht... dass der hier nicht runterfließt, sag ich jetzt mal. Ja. Hm, das stimmt. Das wird nur so eine... eine Randung quasi, so ein Tablerkuchen. Ja. Aber wenigstens mit Shader sichtbar. Genau. Das war das Wichtigste. So. Es gibt ja auch verschiedene Gräber, sehe ich hier gerade. Ja, genau. Das sind halt... Du kannst die bauen, die du sonst über den Mod einstellen konntest. Hm. Ah, nice. Kannst du auch richtig schön dekorieren, so mit ein paar verschiedenen so. Ja. Kannst du noch ein paar Namen draufschreiben vom Kunststoffen genau sehen, die du in Minecraft hattest oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man da draufschreiben kann. Ne. Ja, das ist schade. Also... Das wäre ja noch was. Ja, ich glaube, du kannst es nur auf deinen eigenen. Hättest du hinschreiben können. Hier liegt, äh, keine Ahnung, mein Humor begraben. Hahaha. Ja, das wäre auch eine Idee. Ah. Aber es gibt auch nichts mit Effekt oder Partikel oder sonstiges. Ja, halt nur Command-Blöcke in dem Sinne. Und die kannst du nicht craften, ne? Ne. Ja, da... Das wäre ja auch langweilig. Ich glaube, ich suche mal bei dem nächsten Update. Wir wollen ja eh ein Update machen. Mal gucken, ob es einen Fog-Maschinen-Mod gibt. Hahaha. Dann bringe ich die rein, dann will ich die auch benutzen bei mir auf dem Grundlück. Ja. Weil jetzt richtig alles voller Nebel so... Das wird es bestimmt safe geben. Irgendeiner ist da schon mal draufgekommen safe. Ja, klar. Also, wenn es schon, ähm, diese... Ah, wie heißt die vielleicht noch? Äh... Wenn es schon Chimneys gibt, ähm, dann wird es auch sowas geben. Oh? Ah, okay. Ja, doch, es gibt das wirklich. Das Ding ist... Die heißt DJ-Partymod. Da hast du auch DJ-Puld. Und dann halt so DJ-Nebel-Maschinen, die sich so überm Boden ausbreiten. Oh Gott. Ah, das wäre so witzig. Ich baue im Einkaufszentrum, ich baue da ein DJ-Pult hin. Das könnte man an sich ja wirklich machen. Ich mache so Party im Einkaufszentrum. Dann kommt da so die Crowd raus. Ja. Schade. Ja, das wäre auch eine gute Idee gewesen. Aber DJ-Misch-Pult, ey. Ja, das hat auch so Partikel, ne? Aber halt nur so kleine. Oh. Ja. Generator-Partikel. Frage ist, ob du mit dem Flametrover zum Beispiel, kommt ja auch Feuer raus, so das siehst du ja auch. Aber ob du dann, ob du da das zum Beispiel auch in den Dispenser packen könntest oder sowas, würde mich auch mal interessieren. Ja. Aber den Flametrover habe ich über meine Dingsens nicht gesehen. Über den Mod. Aha, du. Ah, okay. Du siehst das nicht, okay. Weil der ist ja von Mechanism, der Flametrover. Ja. Den sehe ich noch nicht mal mit Shadern aus. Wahrscheinlich siehst du nur dieses Tröpfeln jetzt von jetzt, ne? Ja, ja, genau. Ah, jetzt. Weil der macht ja auch so Feuer. Ja, der funktioniert auch nur ohne Shader bei anderen anscheinend. Das ist schon wieder das Shader-Problem, ey. Ja, ich baue ja so, dass es für mich gut aussieht und nicht für andere, also. Ja, ja, das ist schon klar. Verstehe ich. Mach ich auch immer. Ja. Das muss in meinem Texture-Pack gut aussehen, nicht in das von anderen. Ja. So sehe ich das auch. Das ist ja immer so dieses dünnen Bäumchen, ne? Ja. Ganz gefährlich auszusprechen. Ich weiß nicht, ob es da Ärger für Twitch gibt. Na, ich glaube nicht. Nee. Wenn du die Betonung richtig legst. Ja, es ist ja dasselbe auch mit meinem Namen. Ja, schon, ja. Wenn die Betonung richtig legst. Aber es wird ja mit der Kok herausgesprochen, ne? Ja, genau. Genau, okay. Ja, ich habe immer vorher so da eh. Ich so, ja, nee, warte mal. Ich glaube, das wird nie. Äh. Ja. Nee, das war die einfache Idee dahinter. Das ist... Bisschen lustig muss es ja sein. Ja. Beim ersten Mal hören auf jeden Fall. Da überlegt es schon so, okay, ja, doch, echt. Was ich mir auch gerade dachte, vielleicht gibt es da auch irgendeine Möglichkeit von Bloodmagic. Weil da kann ich mir das gut vorstellen. Oh ja, true. Aber naja. So, das ist ganz schön spät geworden. Ich muss jetzt gleich mal ins Bett gehen. Ja, dann will ich dich auch gar nicht weiter aufhalten, denn mach noch schnell zu Ende, was du schaffen willst. Und dann wünsche ich dir eine gute Nacht, ne? Genau, dankeschön. Und gleichfalls. Wenn wir eine Mod draufbringen, gebe ich dir nochmal Bescheid. Ja, aber jetzt nicht unbedingt großartig suchen, ne? Also, das wäre nur cool, nicht zwingend. Ja, alles klar, weiß Bescheid. Okay, super. Bis dann, ciao. So. Dann. Ups. Falsch. Oh. Er ist beim Teleportieren einfach geläftet. Ja, das ist echt problematisch. Aber war ganz lustig, fand ich jetzt. Auch das mit den Fox, dass wir damit einfach mal so straight up den Server zum... Ja. Das tut mir leid. Aber dass wir den Server zum Längen bringen mit so einem blöden Fox-Teil ist auch lustig. Finde ich zumindest so. So. Ja. Aber dafür ist jetzt eigentlich Feierabend nicht... Wir haben ein bisschen was geschafft. Das hier ist dazugekommen. Und oben der Totenkopf hat jetzt Augen bekommen. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Also langsam bildet sich da was. Und dann werde ich dann morgen die Krone aufsetzen. Und dann denke ich mal anfangen hier die Türme zu designen, die ich dann hier links und rechts daneben setzen wollte. Ich weiß nicht, ob ich die größer mache oder so auf diese Höhe hier. So ein bisschen über die Augen rüber. Irgendwie so. Joa. Ähm. In dem Sinne würde ich sagen... Mach ich jetzt... Oh Gott. Das guckt ihr ja echt in die Seele, das Teil. Ganz schlimm ist... Der Blick verfolgt dich. Ja. Also. Einen schönen Abend euch. Eine gute Nacht. Und dann... Ähm. Moment. Eben aufs Handy gucken. Und... Dann kann ich eine Aussage treffen. Ich habe nämlich alles. Mein gesamtes Leben im Kalender. Nee. Morgen ist nur Vitamin D einschmeißen. Also. Dann würde ich sagen... Gute Nacht. Schlaf gut. Bis morgen. Ich bin dann wieder so roundabout 18 Uhr online. Und dann wünsche ich euch eine schöne Nacht. Danke, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Tschöö. Und auf Wiedersehen. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö